Dann machen wir mal das Meer in Gefahr. Let's go! Oh nein! Ist das schwer. Sollen wir nicht? Warte mal, wir brauchen einen Fisch. Komm mit. Hilfst du uns, Fischi? So, der folgt uns. Wie? Ich hab nur einen Fisch, keine Schwarme. Also das Gameplay besteht halt darin, dass wir Fische kontrollieren, die uns dann den ganzen Kram machen. Hm? Ich hab nur einen Fischi. Ich hab nur einen Fischi. Ich hab nur einen Fischi. Also am, äh, Gameplay, beziehungsweise am interessanten Gameplay haben sie nicht gespart. Das muss man lassen. Lassen. So ist er, Freund, der kleine Fischi. Deine Stimme hat mir neue Kraft verliehen, schön. Ich hab einen Fischi. Ich hab einen Fischi. Einen. Wenn du es hier bist. Ciao. eigentlich nur kaputte fenster sie trotzdem so groß ist du nervst aber richtig ich bin viel besser als du wir machen aquaman arbeitslos oder unser fisch wird weggedrängt das ist doch gewesen sein oder die unter blödes schiff das ist ein holz alterin oder so fisch war da so und jetzt hier lang so hier hilfst du uns ja komm mal diese holz otter immer noch das meer soll wieder so werden wie es war guck mal so ein kleiner einsiedler krebs auf jeden fall guck mal wenn die märksbewohner zusammenarbeiten dann läuft das schon gebt einfach auf das meer gehört uns das könnt ihr vergessen singen wir uns das meer zurück jawoll mit musik bisschen stiller Hey, wieso habe ich den letzten nicht gekriegt? Ah, das war schön, tatsächlich. Ja, fast perfekt. Das war okay. Wir haben wieder gut Kohle. Können wieder einkaufen gehen. Ach so, falscher Knopf. Tja, und wie fandst du die Meerjungfrau? Ja, cute. So, wollen wir nochmal gleich in den Keller. So, wollen wir noch den Mega Man hier. Das ist auch nicht schlecht. Showtime. Showtime.